Halt, Stopp, hier geblieben. Ich will mal versuchen, und ihr habt es ja vielleicht bemerkt, dass ich jetzt eine kleine Auszeit genommen habe, meine nächsten Videos als eine Art Videopodcast herauszubringen. Das bedeutet für euch, ihr könnt meiner Stimme die ganze Zeit lauschen, meinem engelsgleichen Katzenchor, könnt währenddessen die Spüle machen, die Wäsche waschen, per Kopfhörer zuhören und verpasst nichts Wichtiges. Für diejenigen, die doch zuschauen wollen, gibt es dann per Video immer zusätzliche Informationen oder bildhafte Unterlegungen dessen, was ich sage. Also egal, wie man das Video schaut, man verpasst nichts. Das macht es für mich auch einfacher, diese Videos zu produzieren und auch, naja, solcherlei Pausen, wie ich sie mir nehmen musste, nicht mehr nehmen zu müssen. Also probieren wir das einfach mal aus und ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal mitteilen, ob es das Ganze für euch leichter macht, meine Videos zu konsumieren. Für umsonst. Fangen wir mal an mit dem Bio-Home-Praxistest, den ich euch ja noch schuldig bin. Beim letzten Mal ging es ja rein um die Theorie und wie manche von euch schon angemerkt haben, erst mal, nein, Holger ist nicht der Produzent von Bio-Home, er vertreibt das Ganze hier in Deutschland. Das war eine kleine Fehleinschätzung von mir, denn ich hatte anhand der, nun ja, sagen wir mal nicht ganz so professionell gestalteten Webseite gedacht, dass der Holger dahinter steht. Dem ist wohl nicht so. Nun ja, was soll's. Zum Zweiten ist es natürlich so, und das haben manche von euch sehr richtig bemerkt, dass Bio-Home nicht die einzige biologische Filtereinheit ist, die anaerobe Bakterien in sich trägt, sondern das tun alle. Das ist selbstverständlich. Auch Siborax und alle anderen biologischen Filtermaterialien, die irgendwie hochporös sind und Platz für anaerobe Bakterien bieten, beinhalten natürlich auch diese Bakterien. Bei Bio-Home ist es aber so, dass eben mit diesen anaeroben Bakterien geworben wird, weshalb ich mich da auch ein bisschen drauf fokussiert habe. Soweit, so gut. Kommen wir zum Testaufbau. Und hier wird's ja jetzt witzig, wenn ich das nur per Audio mache. Und zwar habe ich ein Kilogramm Bio-Home gehabt, das entspricht etwa 1,6 Liter. Und diesen Kilogramm habe ich dann erstmal für zwei Wochen in den großen Filter bei mir im Aquascape gegeben, einfach in der Hoffnung, dass sich dort dann schon irgendwelche Bakterien ansiedeln werden. Ob das geklappt hat? Naja, man kann es nur vermuten. Danach habe ich das Bio-Home dann in ein 40-Liter-Becken gegeben. Ihr kennt das ja von meinem Kanal. Ich glaube, 40 mal 30 mal 30 müssten die Maße sein. Das hat dann ganz gut den Boden bedeckt. In einer Schicht dürfte man fast sagen. Und das Ganze habe ich dann mit Wasser aufgefüllt. Nicht ganz bis zum Rand. Es dürften so ungefähr 30 Liter gewesen sein. Pi mal Daumen. Als nächstes habe ich das Ganze dann nämlich mit einem Nitrat-Dünger versorgt. Zwei Wochen lang. Jeden Tag 4 Milliliter. Ich habe da den Nitrat-Dünger von BeSmart genommen. Das ist jetzt kein Sponsoring und keine direkte Werbung, sondern das ist so mein Lieblings-Dünger, besonders wenn es um Einzelkomponenten geht. Also Nitrat, Kalium, wenn man das Ganze jetzt nicht unbedingt in einem NPK braucht, obwohl es selbst da hat BeSmart was Gutes im Angebot. Jetzt mache ich ja doch irgendwie Werbung. Naja, was soll's. Dieser Dünger hat die Eigenschaft, dass er auf 50 Liter Wasser, das wird ja immer gern so gerechnet, mit einem Milliliter Dünger den Nitratgehalt um 1,5 Milligramm pro Liter erhöht. Das bedeutet, wenn man jetzt ein bisschen Dreisatz benutzt, dass ich in den 30 Litern, wo das Bio-Home drin ist und sonst keinerlei andere Verbraucher, wie Pflanzen oder Ähnlichem, jeden Tag ungefähr 10 Milligramm pro Liter hinzugegeben habe. So in etwa. Das Ganze lief dann jetzt zwei Wochen lang. Jetzt mögt ihr vielleicht denken, ja, biologisches Filtermaterial, zwei Wochen, das ist ein bisschen kurz, nicht? Ja, da habt ihr sogar recht. Aber ich finde, das macht die Sache sogar spannender. Denn ich könnte den Test jetzt genauso gut über mehrere Monate, halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang laufen lassen, müsste dort mengenweise Nitrat reinschütten, zwischendurch vielleicht sogar gegen Algen kämpfen, die sich vielleicht gebildet hätten und hätte dann am Ende ein Ergebnis, das ich in viel kürzerer Zeit schon in ähnlicher Form gehabt hätte. Also habe ich mich entschlossen, nach zwei Wochen mal zu schauen, passiert denn überhaupt irgendetwas? Und ich kann sowieso sagen, es ist etwas passiert und zwar nicht gerade wenig. Ich habe zwei Tests gemacht nach diesen zwei Wochen, einmal vor dem Düngen und einmal nach dem Düngen. Ganz einfach, damit ich mit dem einen Test sagen kann, wie viel Nitrat Eingang ist beim Biohorm und einmal wie viel Biohorm daraus macht. Also Ausgang praktisch. Wenn ich das Ganze jetzt lang genug getestet hätte, dann wäre wahrscheinlich irgendwann rausgekommen, dass das Biohorm komplett das Nitrat reduziert. Hier noch eine kleine Randnotiz zum Thema molekularer Stickstoff. Denn das darf man nicht so ganz vernachlässigen. Erstmal ist es so, ich habe lange, lange recherchiert und war irgendwann sogar bei Abhandlungen über Eutrophie in Schweizer Bergseen angekommen. Also so tief habe ich gegraben, um herauszufinden, wie kann ich molekularen Stickstoff im Aquarium werten. Und wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, das hoffe ich einfach mal, dann kann man diesen molekularen Stickstoff als eine Art, naja, man kann es so sehen wie CO2. Es ist eine Form von Gas, die sich im Wasser eine gewisse Zeit lang halten kann und auch in einer gewissen Menge. Und sobald es an die Wasseroberfläche tritt, dann gast es einfach aus. Dann ist es weg. Dann verbindet es sich mit der Luft und ist dann wieder ganz normaler atmosphärischer Stickstoff. Das Problem, das hierbei auftaucht, und da spoiler ich schon mal das nächste Video, ist, dass sich auch Cyanobakterien gerne an diesem molekularen Stickstoff bedienen. Wie weit das vorkommen kann, das werden wir dann im eigenen Video dazu ein bisschen aufklären. Kommen wir mal zum Test. Wir fangen mal an mit dem Test nach dem Düngen. Also praktisch, was ist die Ausgangslage, mit dem sich das Bio-Haum rumschlagen muss. Der Test ergab ungefähr 40 Milligramm Nitrat. Das ist der Tröpfchentest. Und falls ihr jetzt das Video seht, könnt ihr in etwa sehen, dass der Tröpfchentest in diesen Mengen nicht mehr ganz so genau ist und die Kamera auch gerne mal die Farbe der Testflüssigkeit verfälscht. Warum das so ist, habe ich bisher noch nicht rausfinden können. Aber 40 ist der Ausgangswert. 24 Stunden später, also zum ersten Test, hat sich das Ganze dann auf 10 Milligramm reduziert. Das ist eine Menge. Also man kann sagen, nach zwei Wochen hatte das Bio-Haum, wenn wir die Filterzeit jetzt mal abziehen, genug Kraft gesammelt, also genug Bakterien angesammelt, um 30 Milligramm abzubauen. Zu reduzieren, wie man so schön in der Chemie sagt. Was schon eine echt respektable Leistung ist. Wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnen würde, angenommen, man legt das Bio-Haum nicht einfach in das Becken und lässt das Ganze über eine Art Diffusionsfilterung laufen, sondern hält das Ganze in einem richtigen Filter mit Durchlauf und mit genügend biologischem Filtermaterial usw. und lässt das Ganze gut einlaufen, dann hat Bio-Haum wahrscheinlich die Kraft, die komplette Nitratmenge nach und nach weg zu reduzieren. Das bringt uns natürlich dann jetzt auch zu einem Fazit. Das Fazit ist erstmal, Bio-Haum funktioniert. Es gab jetzt nicht so viele Gründe daran zu zweifeln, aber jetzt habe ich den Beweis, es funktioniert definitiv. Fazit Nummer 2 ist, es funktioniert sogar ziemlich gut in Sachen Nitratreduzierung. Das bedeutet, wenn ihr ein Aquarium, ein Teich oder sagen wir einfach mal ein Fischbehältnis habt, in dem Nitrat ein Problem werden kann oder vielleicht sogar ist, dann ist Bio-Haum eine wirklich nützliche Waffe. Soweit, so gut. Das Problem an der Sache ist aber, wenn man ein Fischbehältnis hat, in dem man das Nitrat behalten möchte oder nur in kleinen Mengen reduzieren möchte, weil man zum Beispiel ein Aquascape, ein Holland-Aquarium oder ein, sagen wir einfach mal, ein normales Aquarium hat, in dem gedüngt wird. Dann kann Bio-Haum natürlich zu Algen beitragen, denn es reduziert die Nitratmenge immer weg und wer jetzt schneller von beiden ist, ob es die Pflanzen sind oder das Bio-Home, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen, denn da kommt es dann wieder darauf an, wie wird das Bio-Home eingesetzt, wie viele Pflanzen sind da und so weiter und so weiter, wird CO2 gedüngt und so weiter. Ja, das ist wahrscheinlich auch wohl der Grund, warum sich die Aquascaper noch nicht so richtig mit Bio-Home befassen wollen oder noch nicht befasst haben, denn es spielt denen überhaupt nicht in die Karten. Bei Malawi-See-Aquarienbesitzern, bei Teichbesitzern und Ähnliches, da ist Bio-Home wahrscheinlich inzwischen eine recht bekannte und auch bestimmt oft eingesetzte Nummer. Alle anderen bleiben wahrscheinlich eher bei Siporax und Ähnlichem, denn bei Siporax, das ist schon so alt, da weiß man ganz genau, was man bekommt. Da kann man im Internet auch verschiedenste Rechnungen finden mit Durchflussgeschwindigkeit, bei Eingabe X und Ausgang Y und so weiter und so weiter. Da könnte ich vielleicht auch mal ein Video drüber machen. Ich stehe da gerade mit Sarah so ein bisschen im Gespräch, dass wir da mal schauen, ob wir Siporax auch mal ein bisschen analysiert kriegen oder Ähnliches. Und dann wird das wohl irgendwie was werden. Nun, so weit, so gut. Bio-Home-Thema wäre dann damit jetzt erstmal abgehakt. Man kann sagen, wenn ihr wisst, was ihr euch mit Bio-Home ins Haus holt und ihr auch genau das wollt, dann kann man das wunderbar benutzen. Wenn man das jetzt anhand seiner Fähigkeiten, von denen man denkt, man könnte das vielleicht gebrauchen, einsetzt, dann kann das Ganze auch böse nach hinten losgehen. Wie immer im Leben sollte man wissen, was man macht und wofür man die Dinge benutzt. Denn dann hat man auch die größte Chance, dass man damit Erfolge erzielt. Soviel zuerst. Sagen wir einfach mal Video-Podcast-Serie. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch so gefällt, ob ihr schön dabei neben was machen könnt, ob ihr vielleicht gerade Wasserwechsel macht. Pflanzen schneiden, Fische wird dann oder auch irgendwelche menschlichen Dinge. Falls euch das gefällt, dann baue ich öfter mal solche Video-Podcast-Dinger ein. Was ja nicht bedeutet, dass ich nicht auch noch reguläre Videos mache, die auch dann ein bisschen mehr Tam-Tam benötigen. Und ich würde sagen, ich verabschiede euch hiermit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt naturbegabt.